Wir machen wirklich sehr viel in der Klinik, wir dürfen schon sehr viel übernehmen. Wir arbeiten sehr viel auch mit Patienten, dürfen in die Gruppen mit rein, dürfen in die Einzelgespräche mit rein und können so eben wirklich von den Experten, sag ich mal, lernen und auch kleine Kniffe eben abschauen, also irgendwelche sprachlichen Mittel oder so, wenn man Sachen erklären möchte. Das ist eigentlich sehr schön, wenn man das wirklich auch in der Praxis mal gesehen hat und auch schon mal angewandt eben auch mal gesehen hat und das nicht nur auswendig lernen muss. Wir sind Vorreiter damit, also wir können neue Sachen ausprobieren, auch neue Wege gehen und wir können eben sagen, okay, wir wollen das verbessern, wir wollen das auch patientenfreundlicher vor allem machen. Dadurch, dass wir eben mehr Erfahrung haben, können wir da auch einfach mehr übernehmen, dann später auch und sind dann schon besser integriert in den Klinikalltag und können uns vielleicht auch besser anpassen als Leute, die direkt von der Uni kommen und eigentlich noch nie mit Patienten gearbeitet haben.